So, dann kommen wir zum nächsten Video. Die Projektdurchführung, die ist praktisch abgeschlossen und jetzt geht es um die Projektdokumentation und diese erfolgt dann mit einer Projektmappe. Das sehen wir dann im nächsten Video und jetzt schauen wir uns die Präsentation an, was wir hier entsprechend beachten sollen. Also, zuerst einmal musst du dir überlegen, was du deiner Präsentation für eine Struktur gibst. Du musst dir überlegen, was präsentierst du am Anfang, was in der Mitte und was am Ende. Ich zeige dir nachher Beispielpräsentationen, wie sowas aussehen kann, aber jetzt reden wir erst einmal so in der Grundstruktur drüber. Also, überleg dir eine einfache Präsentationsstruktur, was du der Reihe nach präsentierst. Hilfe kannst du dir da mit dem Leittext geben, weil der Leittext oder die Prüfungsaufgabe ja schon eine gewisse Struktur vorgibt. Überleg dir bei jeder Folie, die du präsentierst, dass da möglichst wenig Stichpunkte drauf sind, dass die Folien nicht überladen sind. Dann überleg dir, welches Anschauungsmaterial du bereitlegst. Am idealsten wäre es natürlich die Originalprodukte, also Originalwerkstück, Originalflyer, Originalplakate. Ansonsten kannst du auf Fotos zurückgreifen, also auf eigene Fotos von deinen Produkten. Oder dann auch wirklich schauen, dass man Material hat, Originalskizzen, Originalplakate, die man dann entsprechend abbilden kann mit deiner Präsentation. Wichtig ist immer, erzählen statt vorlesen. Also bitte keine Stichpunkte vorlesen, keinen ausformulierten Text in die Präsentation reinschreiben, den du mir dann vorliest. Lesen kann ich selber und das kommt halt auch nicht so professionell rüber. Dann hast du vielleicht noch ein Kärtchen mit kleinen Text drauf, wo du dir schwer tust abzulesen. Also das bringt alles nichts. Mach dir drei, vier Stichpunkte und erzähl einfach dir über, was hast du am Anfang gemacht, was hast du in der Mitte von dem Projekt gemacht, was hast du am Schluss gemacht. Vergiss auch nicht deine Präsentation an sich. Also das heißt, du präsentierst und präsentierst und plötzlich vergisst du die Folien zu wechseln. Also Präsentation und Redner, also in dem Fall du, müssen da eine Einheit bilden. Wichtig ist auch, dass dieser ganze Auftritt eingeübt wirkt. Ja, du präsentierst ja nicht alleine, hast du vielleicht einen Partner oder seid zu dritt. Dann müsst ihr euch im Vorfeld genau absprechen, wer, was, wann präsentiert und dann bekommt das Ganze ein rundes Gesicht. Ist natürlich klar, dass man sich vorher treffen muss und dass man hier entsprechend dann nochmal absprechen muss, wer, was, wann sagt. Und falls Begriffe und Fremdwörter auftauchen, die nicht alltäglich sind, die muss man natürlich erklären. Ja, hier sind ja nicht nur bei den Prüfern Fachlehrer drin, sondern vielleicht auch der VIP-Lehrer. Und je nachdem, was für Themen präsentiert werden, muss man vielleicht das ein oder andere Fremdwort oder Fachbegriff erklären. Dann schauen wir uns die Präsentationsdatei an, was hier wichtig ist. Also auf alle Fälle müssen eure Namen draufstehen, gleich auf der Startseite und das Thema muss dabei stehen. Also das reicht nicht, dass da dann Projektprüfung draufsteht, sondern da muss auch genau stehen, um was es in dieser Prüfung geht oder Prüfungsaufgabe. Dann auf der spätestens zweiten Folie solltest du eine kurze Übersicht bringen, was du jetzt gleich demnächst präsentiert wirst. Das muss kein Inhaltsverzeichnis sein mit Seitenzahlen, sondern einfach stichpunktartig eine kurze Übersicht, was wir jetzt da rein nachsehen werden. Und, was auf alle Fälle drin sein soll, eine Quellenangabe mit der richtigen Link-Beschreibung. Ich zeige euch nachher zwei Präsentationsdateien, wo ihr euch anschauen könnt, wie das aussieht. Dann schauen wir uns die Gestaltung an. Also wichtig ist, große Überschriften mit einem guten Kontrast. Bedeutet, der Hintergrund muss entsprechend sein, dass sich die Schrift gut abhebt. Am besten, also die kleinste Schriftart, die du in PowerPoint verwendest, ist Schriftgröße 24. Alles, was drunter ist, ist viel zu klein. Man kann es dann einfach nicht sehen. Wenn man das Beamer-Bild dann betrachtet, da ist alles, was drunter ist, an Schriften, ist einfach zu klein. Also Schriftgröße, Kontrast achten und dann ist natürlich wichtig, dass man eine passende lesbare Schriftart hat. Also so eine Zierschrift wie eine Schreibschrift schaut vielleicht aus deiner Sicht gut aus, aber für eine Präsentation ist sie ungeeignet, weil sie einfach schwieriger lesbar ist. Auf einen Blick gesehen, also jetzt zum Beispiel wie hier mit Calibri oder Areal oder Times. Wenig Text, haben wir schon gesagt. Dann, wo es sich anbietet, Grafiken oder auch Formen mal verwenden. Grafiken deshalb, weil eine Grafik oft ein Sachverhalt deutlicher beschreibt, als jetzt, wenn da fünf Zeilen Text stehen. Und diese fünf Zeilen Text dann vielleicht auch noch vorgelesen, das ist ganz ungut. Stichwort Grafiken, also kommen wir zu den Bildern. Hier drauf achten, dass man wirklich passende Bilder hat, wenn du eigene Fotos machst, dass die Fotos so sind, dass man auch was drauf erkennen kann. Dann, wenn das Foto in der Präsentation eingefügt ist, dass es auch die entsprechende Größe hat. Also es soll nicht zu groß sein, dass man die Überschrift nicht mehr sieht. Es soll aber auch nicht irgendwo ganz klein in der Ecke drin sein, wo man dann auch wieder nicht sieht, was ist denn auf diesem Foto zu sehen. In dem Zusammenhang auch, verwende bitte Bilder, die eine passende Auflösung haben. Also wenn du jetzt ein Foto gefunden hast oder ein eigenes Foto gemacht hast mit einer kleinen Auflösung und ziehst es groß auf und dann wird es pixelig, dann ist dieses Foto leider auch ungeeignet, weil mit unscharfen, pixeligen Bildern können wir so auch nichts anfangen. Dann die Hintergründe, die, wie gesagt, haben wir vorhin schon gesagt, mit gutem Kontrast, die so auswählen, dass man einen guten Kontrast hat. Also das heißt jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt den Hintergrund bei dieser Folie grün gemacht hätte, dann würde man die Überschrift nicht sehen. Dann das Thema Animationen. Das haben wir im Unterricht schon lang und breit erklärt. Die bitte weglassen. Ja, dann die Medieneinbindung. Das kann in Form von Hyperlinks geschehen, aber auch, du kannst die einzelnen Seiten auch verlinken. Da musst du nicht eine lineare Präsentation erstellen, sondern kannst zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis erstellen, das dann auf die ganzen Unterseiten verlinkt. Da haben wir ja Beispiele, das Ganze ja im Unterricht gemacht. Und ja, dann könntest du die Präsentation auch so ergänzen, dass die Produkte, die du in der Durchführung gemacht hast, also Brief, Plakate, Flyer, dass du den Link zu dieser Datei in diese Präsentation mit einbaust. Dass, wenn du auf den Link klickst, dass dann das Original aufgeht und dass wir uns da das nochmal anschauen können. Dann brauchst du nicht unbedingt einen Bildschirmshot machen von deinem Plakat und in die PowerPoint einfügen. Das wäre jetzt also auch eine Möglichkeit, hier die Medien mit einzubinden. Was natürlich auch immer geht, gerade bei so praktischen Sachen, wie wenn man was ausdruckt, ein Plakat zusammenklebt oder ein Werkstück fertigt, dass man ein Video in die Präsentation mit reinpackt. Aufpassen, wenn man hier Hyperlinks setzt oder Medien mit verlinkt, dass die dann entsprechend mit in diesem Ordner mit abgespeichert sind, weil diese Datei nicht in diese PowerPoint-Datei mit eingebettet wird. Also, wenn du jetzt zu Hause bist am Computer, hast du eine Word-Datei, die du mit deiner Präsentation verlinkst, dann muss die Word-Datei auch mit, und zwar mit dem gleichen Pfad, in diesen Ordner mit reingepackt werden. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann ist deine Word-Datei immer noch zu Hause. Du bist in der Schule, klickst auf den Link drauf und die PowerPoint-Datei findet dann den Link zu dieser Word-Datei nicht. Also, alles, was hier an Dateien zusätzlich verlinkt ist, muss mitgenommen werden. Ja, dann wäre es immer gut, wenn du beim Präsentieren kleine Stichwortkarten hast. Wichtig dabei ist, dass die durchnummeriert sind, dass wenn sie dir vielleicht fünf Minuten vorher runterfallen, dass du dann nicht überlegen musst, in welcher Reihenfolge waren die, sondern nummeriere sie durch. Ich mache auch einen Hinweis drauf, welcher Zettel für welche Folie zuständig ist. Also, hier zum Beispiel bei dem Beispiel 1 steht Startfolie dabei und drunter in Spiegelstrichen, die dann auch entsprechend groß sein sollen, dass du dann nicht erst mal die Augen zusammenkneifen musst, was da überhaupt steht. Da steht dann genau drauf, um was es bei dieser Startfolie geht. Dass du hier begrüßt, dass du deinen Namen nennst, das Thema und dass du dann zur nächsten Folie zum Beispiel überleitest, wo du einen Überblick über die kommende Präsentation gibst. Ja, dann der Ablauf. Also, du stehst mit deinem Präsentationstermin vor der Türe. Dann ist wichtig, dass du einfach mal alles dabei hast. Also, deine Präsentationsdatei auf dem USB-Stick oder du hast deinen Zugang zu deiner Cloud, dass du dann die Präsentation da hast. Dann, wenn alles vorbereitet ist, also die Präsentation erscheint dann auf dem Beamer. Jeder nimmt seinen Platz ein. Bitte stell dich nicht vor das Beamer-Bild hin, sondern seitlich, dass du dann die Zuhörer und die Präsentationswand im Blick hast. Und dann geht's los mit der Begrüßung. Du gibst den Überblick. Ihr habt euch abgesprochen, wer seinen Teil von dieser Präsentation übernimmt. Und ganz zum Schluss gibt's eine Reflexion. Du fragst auch nur noch kurz, ob es noch Fragen gibt zur Präsentation. Die wird's ja dann immer geben. Und zum Schluss bedankt euch für die Aufmerksamkeit. Also, so sollte dieser Ablauf dann stattfinden. Ja, kurz ein Ausblick, wie sieht eine gute Präsentation aus? Einfach mal anfangen und Aufmerksamkeit gewinnen. Das kann mit dem Foto sein. Das kann mit einer kurzen, einleitenden, kleinen Geschichte sein. Je nachdem, was ihr euch da einfallen lasst. Dann einfach auch immer mal wieder zum Publikum oder zu den Prüfern blicken. Und nicht nur einfach stur aufs Blatt oder Boden oder zur Wand. Dann langsam sprechen. Nicht einfach ganz schnell durchgehen. Die Medien mit einbinden. Also nicht vergessen, dass man auch eine Präsentationsdatei an der Wand gestrahlt hat. Und was wichtig ist, halt entsprechend betonen und unterstreichen. Ja, im Gegensatz dazu, wie sieht eine schlechte Präsentation aus? Ich habe hier mal ein bisschen gesammelt, was mir so aufgefallen ist die letzten Jahre. Also, mangelnde Vorbereitung. Also, man kommt rein, man weiß nicht, wo der eigene USB-Stick ist. Man weiß nicht, wo man die jetzt anstöpselt, wenn man dann seinen USB-Stick hat. Man hat die Unterlagen durcheinander. Die Kärtchen, die Präsentationskärtchen sind noch irgendwo in der Projektmappe drin verstreut. Oder hat sie vergessen. Und ja, man hat einfach viel zu viele Blätter dabei. Und kennt sich da nicht aus. Dann du selber musst überlegen, wie du deine Stimme einsetzt. Ja, manche, die sprechen da ganz monoton dahin. Und ja, also da ein bisschen in der Stimme variieren. Dann auch nicht laut rumschreien oder nuscheln, dass man dich kaum versteht. Sondern halt einfach klar und deutlich sprechen. Und so ein bisschen die Stimme modulieren. Was auch nicht geht, ist ständig so in den Unterlagen rumblättern, durchblättern, sonst was blättern. Wie gesagt, verwende so Moderationskärtchen, die durchnummeriert sind. Und dann tue es auch einfacher im Vortrag. Dann stelle sicher, dass du dich mit der Technik auskennst. Ja, also wenn man nicht weiß, wie man eine PowerPoint startet mit F5, ja, dann funktioniert natürlich der ganze Vortrag nicht. Dann, was auch oft falsch gemacht wird, man steht vor der Leinwand und man sieht nichts. Früher hat man den Beamer nicht an der Decke, sondern auf so einem Podest. Da hat man dann schon gleich gar nichts gesehen. Also auch im Vorfeld überlegen, wo man steht. Dann sicherlich ist man aufgeregt. Man hat Moderationskärtchen und schaut, ob man wirklich alles erwähnt hat, was man aufgeschrieben hat. Aber hin und wieder einfach zu den Zuhörern blicken. Das entspannt das Ganze dann auch. Und wichtig ist einfach nichts vorlesen. Also natürlich gibt es Ausnahmen in Form von Zitaten zum Beispiel. Aber es kommt nicht professionell rüber, wenn du irgendwas vorliest. Ja, dann das Präsentationsmedium selber. Ich habe ja vorher darüber geredet, wie es aussehen soll. Zum Beispiel, wenn sie schlecht aussieht, dann hat man einen kleinen, unleserlichen Text mit einer Zierschrift. Man hat zu viel Text drin. Man hat vielleicht die falschen Bilder drin oder die richtigen, aber dann vielleicht pixelig und zu klein. Und dann macht halt das Zuhören und das Zuschauen einer solchen Präsentation auch keinen Spaß. So, jetzt schauen wir uns mal zwei Präsentationsbeispiele an. Die müssen nicht so aussehen, aber so könnte man die entsprechend gestalten. So, dann schauen wir uns mal die einzelnen Präsentationen an. Also wie gesagt, es ist ein Beispiel. Du musst es nicht so gestalten, aber das ist jetzt ein Vorschlag, wie man so eine Präsentation erstellen kann. Also wie gesagt, das Thema soll ersichtlich sein. Dein Name soll hier entsprechend aufgelistet sein. Wenn es entsprechend Gruppenmitglieder gibt, die sollen hier auch aufgelistet werden und den Prüfungszeitraum. Danach gibst du einen kurzen Inhaltsüberblick, was wir jetzt da rein nachsehen werden. Und dann, wie gesagt, Arbeitsplanung kann jetzt hier in Form von einer Mindmap entstehen, wobei es hier nicht darum geht, um jeden einzelnen Punkt, sondern hier geht es darum, dass du zeigst, wie ihr geplant habt, was alles hier an Ideen und Gedanken mit eingeflossen sind und dass ihr das alles zu Papier gebracht habt. Bitte hier nicht jeden einzelnen Arm vorlesen, was ihr da rein nachgemacht habt. Auch hier, also das ist die Arbeitsplanung. Hier haben wir dann den Arbeitsplan. Hier bitte nicht vorlesen. Vor dem Projekt haben wir uns in Gruppen eingeteilt. Partnerfindung. Ja, sondern einfach sagen, das ist unser Arbeitsplan. So haben wir unser Projekt aufgezogen. Ja, dann kommt schon inhaltlich hier, dass man das Abendprogramm von diesem Abschlussball hier gestaltet hat. Dann haben wir hier den Brieftext von dem Einladungsschreiben. Hier auch wieder den Tipp, nicht den Brief zeigen, sondern inhaltlich, was man entsprechend formuliert hat. Wenn ich den Brief sehen will, dann sage ich dir das schon und dann kann man vielleicht den Brief nochmal hier verlinken, dass man aufrufen kann. Und dann kann man hier nochmal drüber reden. Hier als Beispiel das Werbeplakat von diesem Abschlussball. Hier haben wir den Werbeflyer so als Beispiel dargestellt. Natürlich kannst du den auch abfotografieren. Hier ein Foto reinlegen. Also da hast du verschiedene Möglichkeiten. Auf den nächsten Folien, da haben wir dann den WIP-Inhalt. Und hier ist wichtig bei der Reflexion, dass jeder reflektiert. Mir reicht es, wenn die Folie so aufgebaut ist und dass er sagt, okay, ihr reflektiert kurz über eure eigene Arbeit, die Gruppenarbeit, das Zeitmanagement und dann wieder diese sechs Punkte von der vollständigen Handlung in einem Projekt. Und ganz zum Schluss die Quellen. Hier ist noch ein Beispiel von einer Präsentation aus dem Technikbereich. Das ist ähnlich gelagert. Wie gesagt, man kann auch mit dem fertigen Produkt, hier in dem Fall eine Grillgabel, Grillbesteck arbeiten. Hier wieder die Formalien beachten. Das Thema soll genannt werden, dass man hier einen Überblick hat, was jetzt im Einzelnen präsentiert wird. Dann hier wieder die Arbeits- und Zeitplanung präsentieren. Präsentieren, wie gesagt, nicht vorlesen, sondern halt zeigen, dass da eine Zeit- und Arbeitsplanung da ist. Dann kommt hier entsprechend der WIP-Inhalt. Hier zum Beispiel, was sind Halbzeuge? Hier zum Beispiel, wie wird Aluminium hergestellt? Hier seht ihr auch, hier ist nur eine Grafik da, die das Ganze erklärt. Und hier diese Grafik einfach erklären und nicht aus Wikipedia den Absatz rauskopieren und vorlesen. Ja, zuerst kommt hier das Aluminiumoxid rein und wird das Ganze erhitzt und je nachdem, was da halt da steht, sondern einfach so erklären. Dann haben wir hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ein Werkstück entsteht. Und hier beispielsweise auch, hier sieht man, das ist einfach eine Tabelle mit 15 Arbeitsschritten. Und wenn man die jetzt auf einer Folie darstellen hätte wollen, dann wäre die Schrift auch sehr klein gewesen. Also hier dann einfach die Tabelle teilen. Dann kann man die Schrift wieder in der entsprechenden Größe formatieren. Und dann kann man sogar diese Tabelle mit diesen 15 Arbeitsschritten auf zwei Folien wunderbar präsentieren. Dann kommen wir zu dem Beispiel mit den Fotos. Also hier zum Beispiel die Skizze. Reicht völlig aus, wenn man da ein Foto hat. Hier vielleicht die technische Zeichnung mit der Stückliste daneben. Oder hier dann die Werkzeichnung, wo dann die genauen Maße hier schon mit eingefügt sind. Und dann im nächsten Schritt halt diese einzelnen Stadien, wie ist dieses Grillbesteck entstanden. Geht auch wunderbar, wenn du erklärst, wie dein Flyer oder das Poster entstanden ist. Und dann zum Schluss vielleicht nochmal das fertige Produkt mit der Gegenüberstellung von der Planungsskizze. Man könnte die ganzen Fotos als Collage auch hier auf eine Folie packen. Aber ich würde es nicht empfehlen. Es ist dann doch recht unübersichtlich. Und du siehst ja wunderbar, wie man das schön auf mehrere Folien verteilen kann. Und dann ist es schön klar, wie dein Produkt schrittweise entstanden ist. Und hier auch wieder die Reflexion ganz kurz gehalten. Keinen ausformulierten Text, der vorgelesen wird, sondern einfach hier eine Übersicht, über was jetzt gerade reflektiert wird. Und zum Schluss haben wir die Quellenangaben. Okay.